Unser Team besteht aus sieben Mitarbeitern, zusammengesetzt aus Krankenschwestern, MFAs und Gesundheits- und Krankenpfleger. Wir sind ein sehr familiäres Team, in dem man sich gegenseitig Unterstützung respektiert. Wir lachen viel gemeinsam und wir wissen, dass wir nur gemeinsam den Munddurchlauf hier bewältigen können und haben dadurch sehr viel Spaß und Freude an der Arbeit und an unserem täglichen Aufgabenfeld. Unsere Arbeitszeiten sind montags bis freitags von 7.30 Uhr bis 15.42 Uhr. Gemeinsam mit der Asklepios Klinik Altona und der Asklepios Klinik Nord teilen wir uns die Rufbereitschaft. Das bedeutet, wir haben einen Monat im Quartal, jeden Tag 24 Stunden Rufbereitschaft, auch an Wochenenden und Feiertagen. Wir freuen uns über jeden, der Interesse hat, bei uns mitzuwirken und in ein tolles Team zu kommen. Wichtig ist uns, dass neben der regulären Einarbeitung die Bereitschaft besteht, sich Fachwissen einständig anzueignen. Das Tempo bei uns ist sehr hoch, lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Wir alle lieben das schnelle Arbeiten und stehen natürlich jederzeit gerne bereit, Fragen zu beantworten und Sie dazu unterstützen. Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, dann können Sie sich gerne online über unsere Homepage bei unserer OP-Managerin Frau Möbius bewerben. Wir freuen uns auf Sie!